Was das lohnt? Wetter pur, heiß wie Sau und deswegen hab ich jetzt mal die Facecam ausgelassen, denn ich bin leicht begleitet und ich denke mal das möchte keiner von euch sehen. Hast du nicht begleitet? Ja leicht begle... lol Was macht der Typ? Der will sich da durchdringen. Das geht eh nicht. Nö. Oh doch. Da will sich die Strafe sparen, die wir im Fußweg fahren. Jaja, kann doch einfach Fußgeld ausschalten. Ja, deswegen leicht begleitet und das denke ich mal will keiner sehen. Aber es geht momentan nicht anders. Hier ist eine Dunst dritte, der Ventilator pläst. Und nur von A nach B. Und naja. Wir produzieren vor, draußen liegt in Wirklichkeit Schnee. Ja, genau. Weißer, heller, heller, gelber Schnee. An der Ampel wartet er jetzt. Find ich interessant. Ich muss es nicht verstehen. Nö, ich will nicht. Steck ich die Lüfte? Ich fahr Burs zur Werkstatt. Ich dachte sie, das kurz wurde damit eher mit Z geschrieben. Den Kurs zur Werkstatt. Ja, oder er nimmt Kurs zur Werkstatt. Hm. Deine Karate ist, ich werd wieder zurückfahren zur Werkstatt. Ach. Ist doch nur, das Allrad hätt ich beinahe gesagt. Das ist die Liftachse. Ist Allrad. Ich hab das Allrad gerade angeheben. Aber du Allrad, bevor wir zu deiner Woche kommen. War eh nicht sehr viel aufregendes. Außer Hitze. Ja, Hitze. Aber sonst muss ich sagen. Aber du hattest... Naja, was hieß, war nichts besonderes. Du hattest ja schon mal nicht wieder das übliche, sondern du wurdest ja wieder eingetauscht. So auf deutsch. Naja. Das ist ja schon besonders. Aber bevor wir dazu kommen, ich hab mir mal wieder ein paar Videos von JB angeguckt. Ich weiß nicht inwiefern du da aktuell bist. Ich gucke eigentlich nicht jedes Video. Okay. Ähm. Ich hab gar nicht. Der hatte irgendwie wieder so ein Video, was gefällt ihm an seinen Aventador und was nicht. Da fand ich doch sehr interessant, dass der... Achso. Naja, aber allgemein fand ich es interessant, dass der Aventador sein Fahrwerk heben und senken kann. Ja, das hat er aber selber eingebaut. Achso. Das ist nicht Standard. Okay. Da hat er einen R-Raid reingebaut. Ahja. Okay. Das hat er bei vielen Autos aber gemacht, weil halt dem Aventador, das sieht so schön geil aus, aber gerade jetzt hier beim BMW M4, den anderen, den er für diese Antiquel oder wie die Hilfen gemacht hat, hat er das auch gemacht, weil der hat den Liberty Umbau und die sehen halt so richtig fett, sehen die nur geil, also das sieht nur geil aus, wenn die richtig auf der Fresse liegen. Mhm. Ja, also quasi, du stellst das Ding ab und schraubst den komplett runter, das da schleifst. Du kannst natürlich nicht fahren, das sieht doch auch damals nicht geil aus, wenn die Karre so da steht. Alter, da ist nichts, da kannst du, da kannst du... Ja, danke. Alles easy, ist nichts passiert. Hm. Leicht begleitet, wahrscheinlich merkt er sich an den Nippel nebenbei rum oder so. Ich will's gar nicht wissen. Das passiert automatisch. An den Nippel rumspielen, ja, ich will's. Ja, die fliegen jedes Manns Gesicht. Und... Das liegt aber an der Federung des Stuhls dann wahrscheinlich, wenn du immer so runter gehst. Wahrscheinlich hast du das Rumble-Pack vom Lenkrad in den Stuhl gebaut. Da hebt's nicht aus. So, hier muss ich rein. Ich auch, Rammsteiger. Hast du auch Ohren? Äh... Ne, Ohren weiß ich nicht. Ich auch auf jeden... Nee. Du wartest jetzt. Das ging auch gerade mal. Ach nee, halt, ich bin in der Nippel. Ja, die sind eigentlich eher losgegangen. So... Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ja, geil. Der Auftrag von Ipad verfügbar. Äh, ich fahre nach Schöner, ja. Ja. Du hast doch hier bestimmt noch irgendwo was. Äh... Nicht in der Rüppsel, ja. Ja, wenn nicht nimmst du denn hier einen Nachtort rein. Strasbourg hätte ich. Das ist ja komplett warm. Ach so, ja, scheiße. Äh, F, F, F. Nee, ich hab nur München. Und Frankreich und Tschechien. Ja, warte mal. Ich geh mal an externe Aufträge. Wird synchronisiert mit World of Tanks von Köln. World of Tanks vor allen Dingen. Das ist jetzt gut. Ich kaufe jetzt den neuesten Premium Panzer. Ah, hier, Düsseldorf. Von FCP nach Uppsala. Nämlich diesen externe Auftrag. Äh, externe Aufträge kann... Entschuldigung. Ähm... Ist mir World of Tanks wieder einge... In den Kopf geflogen. Ähm... Ja, externe Aufträge kann man, äh, nicht... Ähm... Was du mal gesagt hattest, abbrechen oder... Und... Nee, ich abbrechen. Du hattest noch mal irgendwas gesagt, was irgendwie... Du hast ne gewisse Höchstgeschwindigkeit nur. Und ich glaub, du kannst... Du kannst dich zurücksetzen. Ja, ah, ja. Irgendwie sowas. Ladies first. Hast du den jetzt dran? Ja, ich hab den dran, oder? Du hast bei mir gar nichts dran. Ne, stimmt. Das ist ja, oder? Hä, ich hab den doch... In der externe Aufträge. Verstehe ich gerade. Ja, ausführen dann noch drücken, ne? Hab ich, ja. Und dann musst du... Hast du den direkt hingesetzt und zur dran? Ach, nee. Nee, nee, nee. Der zeigt mir, da muss ich erst mal infahren. Na, folg mir einfach. Warte mal, ich mach mal hier das große an. Ja, 43 Kilometer. Das war doch... Nee, das war doch aber sonst immer so. Du hast drauf gedrückt und zack, hast du den dran. Ja, aber seitdem ich das glaube ich hier drinnen implementiert haben, das sind dann auch noch 43 Kilometer. Folg mir einfach. Ich kann ja, da kommt was. Was? Ach, scheiße. Ey, will ich nicht... Ja, komm fahre! Och, ey, wenn ich sowas sehe, ihr habt doch eine Metallplatte hinten auf der Karre. Ja, ja. Ach, Glück habt ihr, dass ich das überhaupt gesehen habe. Weil ich hab das DLC auch. Hm. Ich hab's bloß nicht verbaut. Ich leuchte aber dann nach vorne wieder bei der Kreuzung links, also da, wo wir hergekommen sind. Ja. Wir müssen aber jetzt nicht zurück nach Düsseldorf. Nee, nee, 43 Kilometer nach FCP und das gehört noch zu Cologne. Also, geh ich mal stark davon aus. Also, geh ich mal stark davon aus, dass das irgendwo noch im Vorort davon irgendwo halt sein wird, ja. Ja. Okay, aber der hat auf jeden Fall ein Video gemacht über sein... Über ein BMW. Über sein M6. Ja, über sein M6 wegen den Rohren. Ja. Ach, das hast du gesehen? Mhm. Fand ich sehr amüsant. Also, vorne bei der Dankstelle mal kurz rechts raus. Wo ist denn die Kamera? Äh, ja. Ja. Äh, naja. Ich fand's schön, wie ist die... wie die das aufgezogen haben mit der GoPro. Was ist das? Hm? Ja. Ach, das ist schön. Aufgezogen? Verstehe. Also, hast du es noch nicht gesehen, okay? Ja, ich hab Teil 1 und Teil 2 gesehen. Nee, nee, nee. Das ist wieder nicht. Das war... Da hat er vorne im Motorraum, hat er irgendwie... zwei solche Dinger... Irgendwas mit Cuts. Da hat er irgendwas reingebaut, was keine Cuts hat. Irgendwas mit Luftzufuhr oder so, dass da mehr Leistung durchkommt. Dann frag mich nicht. Nee, da hat er links eingebaut, so ein... Ne, so ein Vorgaukelmodul. Ja, das... Ja, ja. Ja, ja, nee. Nee, nee, nee. Ja, das, das, das auch. Aber in den neuen Video im Endeffekt... Das kam, keine Ahnung, vor gestern raus oder so. Da hatte der vorne irgendwas noch eingebaut, was halt beim... Bei den Turbo... Was halt auf jeden Fall in den Auspuff irgendwo Club hineingeht. Oder, keine Ahnung, waren auf jeden Fall zwei solche Rohren. Und da hat irgendwas mit Cuts. Ne, das hat halt den Cut drin oder... Achso, halt, es muss schon kurz mal... Ja, nein. Wahrscheinlich sein eigenen Cut. Der hat auch einen Cut selber. Ja, irgendwie so. Wahrscheinlich sein eigener Gebäude. Das sind so ganz kleine dann nur noch. Ja, genau. Das sind dann nur irgendwie ganz kleine, weil BMW hat irgendwie solche Riesendinger da drin und so, keine Ahnung. Ja, und... Sollte halt noch eine GoPro mitgenommen werden, ne, um da halt die Geschwindigkeit zu testen. Naja, und gut, den Rest will ich dir jetzt nicht spoilern, war aber halt sehr lustig. Mhm. Also, du willst gespoilert werden, dann erzähle ich dir's. Nö. 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 mit die bei GoPros mittlerweile ranhauen, das ist ja schon... Könnt ja schon ein Fernsehteam sein. Mö. So... Aha, das ist immer noch Köln angeblich. Man sieht nicht wie Köln aus. Na. Ich bleib da draußen. Jö. Ich bin doch der Meinung入sch in Düsseldorf. Aber... Ok. Ja, ich suche Düsseldorf. fuhr. Oh! Ey Blödsinn. Nicht dein Ernst. Ey, wann haben denn die eigenen Hänger? Kollision. Also wenn ich sie noch nicht aufgesattelt habe. Wie Kollision? Doch. Ja, ich bin gerade gegen meinen eigenen Trailer gepatscht. 10% an der Maschine. Mit voller... Und 11% an der Ware. Ich hab ihn doch nicht mal angehangen. Ja, das ist halt Profifahrer. Ach, Alter. Komm, seit wann? Konntest du doch immer da durchschlittern? Ach, egal. Na ja, scheiße aufs Geld. Mach's auch für weniger. Oder für gar nichts. Schon wieder scheiße aus. Ich hab die Maschine erst reparieren lassen. So, aber okay. Gut, dann 5 Minuten haben wir noch. Wenn es ja nicht so viel Aufregendes war. Wie war Ihre Woche? Sie wurden ja wieder, wie soll man sagen, teilweise etwas missbraucht. Von der Tätigkeit. Ja, ich bin über Düsseldorf gefahren. Du bist über Düsseldorf gefahren. Düsseldorf bin ich gefahren. Ach, Düsseldorf. Okay. Was gab's diesmal zu laden? Ach, Mercedes. Ach, von der Autoindustrie. Okay. Ja. Von uns hier aus. So fährst es das, was du immer nachts fährst. Also wir nehmen das jetzt ja am Freitag auf. Ja. Und ich bin gestern Abend um halb 11 quasi, hab ich angefangen mit Umladen. Von zwei Brücken in meinen LKW einladen. Und bin dann die ganze Nacht durchgefahren. Bis nach Dresden. Hab dort ihn heute früh ausgeladen. Hab geladen. Bin zu uns gefahren, hab abgesattelt, hab meinen Trailer genommen. Bin nach Zwickau reingefahren, hab meinen Trailer dort reingeschafft und bin solo wieder rausgefahren. Mhm. Und dann war der da vorbei, 750 Kilometer. So. Und dann war fertig. Halt die ganze Nacht durchgefahren. War das ins der Mosel, dass du immer nur nachts gefahren bist? Bei der Tour musst du immer nachts fahren, ja. Brauchen die das früh, oder was? Ja, früh hast du ja Zeitfenster und du brauchst ja bis dorthin so 6-7 Stunden. Achso, in R mit LKW. Mhm. Selbst mit der Auto brauchst du mindestens 5. Okay. Hm. Da ist ja auch jetzt so, deswegen fahren wir auch nachts. Denn am Tag für das Barsen mehr, also deutlich länger noch. Im Verkehr halt und in Ferien und blieb abo. Nee, nachts ist auch dieses Ferienfahrverbot ja nicht aufgehoben, oder? Nee, das ist auch nur Samstag. Ach, das ist nur Samstag. Okay, ich dachte, das wäre die ganze, also wäre ganz, ne, solange wir halt Ferien sind. Nee. Okay. Ja, ich kann mich jetzt nur noch so dran erinnern, dass du das letzte Jahr gesagt hast, wenn du Sommerferien sitzt, sind halt prinzipiell für euch gewisse Straßen gesperrt. Ha! Im Samstag fahren. Nur Samstag? Okay. Ja, jetzt nur den Samstag. Hm. Also wenn du Samstag dann hebenfährst, oder sonst wie, da musst du halt aufpassen. Hm. So, jetzt habe ich den Chat angemacht. Verdammt. Ich dachte, das wäre jetzt hier die ganze Zeit, bis die Ferien rum sind. Ja, das geht zwei Monate. Ja, aber ich dachte jetzt so von, ne, durchgehend halt die ganze Woche. Also, dass ihr in den Ferien... Ja, die Änderwies, wie sollen denn die fahren, das geht ja gar nicht. Ja, das ist auch der Politik egal. Nee, das ist nett. Weil so viel Steuern wie die zahlen und Maut wie die zahlen... Das brauchen nur ein oder zwei Tage wegfallen. Das sind schon Millionen, die da weggehen. Hm. Das ist alles sehr anstrengend heute, ja? Äh, das geht sehr flüssig vor allem. Ja, sehr flüssig. Du willst doch auch ganz gut aus. Ja, muss ich ja, ich fahr ja dem hier fast hinten. Ich bin ja fast parallel jetzt gefahren. Weil er an ihm eine Kurve gehoben hat. Hm. Ach, das Licht, ja. Also, ich sehe meine Rohre aus, äh. Ja, aber ich sehe bald nichts, ja. Hä? Bist du nachtblind, oder? Sein kann man auf dem Bildschirm im Arsch. Digi, wir haben es jetzt im Real Life 19 Uhr. Du siehst, die Sonne macht dich ja jetzt gerade bereit. Schuss zu sagen. Und das ist, die dreht sich ja den ganzen Tag. Und jetzt ist die halt genau auf der Position, äh, wo, wo ich halt bin. Und knallt halt voll bei mir in die Sonne nahe. Und auch durch dieses Geklaute von meinem Ausbildungsbetrieb. Sonnenkiller. Rakan Kis Kis Turkey. Sehr schön. So hieß der. Aber auf jeden Fall, versuch's mal mit, erstens Gemütlichkeit. Und dann mit, äh, Hollos oder so. Ich hab hier, ich bin so nett, bei mir ist ein Bude jetzt vielleicht 18 Grad. Ich hab einfach, ich lass dann halt die Rollos die ganze Zeit zu. Ja, ich hab halt Kinder, also ich hab halt so, du willst doch diese weißen Plaste-Dinger, ne? Rollos in Anführungsstrichen, sowas. Ich hab jetzt noch was Neues. Und, äh, in den ganz großen Ding hab ich halt einfach so, so eine alte, schöne Bettdecke, die ich mal hatte. Äh, die ist halt schön dunkelblau, die hab ich da drüber gespannt. Sieht total russisch aus, hilft aber. Ich schau grad gar nichts, weil irgendjemand im Funk irgendwas abspielt. Deswegen hab ich Funk aus. Jetzt kannst du weiter reden. Ja, ich sage, ich hab rechts am Fenster, warum wär schon mal langsamer? Achso, Motor war es, scheiße. Ähm, das fängt wieder gut an. Meine Freunde, ich erzähl dem Part im nächsten Part. In dem Sinne, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn ihr mögt, das Däumchen da lassen, nicht vergessen. Ein Hoch auf Clicki und in dem Sinne dann, bis Mittwoch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.